So, alle so ein bisschen in Ruhe heute, ja, ein bisschen chillig, ja, es war gestern sehr schön, nämlich mit euch und wir haben natürlich mit alle auch ein bisschen so ein bisschen gefeiert, war sehr schön und ein bisschen, nur ein bisschen. Und ja, lalalalalala, okay, aber jetzt, ja, wir haben zwei schnelle Songs gehabt, so Perfect Day und Dance on the Moonlight, zwei Singles von uns und ja, es wäre jetzt noch nicht so ganz schön, es geht noch, aber vielleicht, wenn wir eine schöne Ballade machen, so sehr langsam und für das Herz, vielleicht kommt die Sonne raus, ja, die Sonne, das hilft natürlich auch. Und ja, weißt du, ich glaube, wir haben einen sehr schönen Ballade für euch und erst mal will ich wissen, was für Leute wir in das Publikum haben. Ich habe gesehen, wir haben Junges, Mädels und ich will es einmal ausprobieren. Gibt es auch Mädels? Gibt es auch Jungens? Okay, Junges bekommen auch noch eine Chance. Gibt es Mädels? Die sind laut, ne? Und Junges? Ich muss die Mädels, weil ich gehe mal ein bisschen lauter, aber ist egal. Junges haben Ruhe natürlich, ja hier, hey, hey, stimmt. Aber okay, weißt du was, ich glaube, wir müssen nur anfangen, da gibt es so viele tolle Leute hier und für alle Leute ein schöner Balladen von Yamadami, Together Forever.